Regine, Fernsehen ist over. Ich hab mich verändert. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin inzwischen ja kein Schauspieler mehr, sondern Autor. Und du hast doch brav und befrieden. Und bitte! Es geht! Es geht! So! Ja, ich klippe aus hier! Sie! Sie Bestie! Ich hatte die Sache gerade im Griff. Das ist ja eine riesenemotionale Soße, die da auf dich einplätschert. Ich wäre genauso entsetzt. Bin ich entsetzt? Eben, und deshalb lass es sacken. Um Gottes Willen, lass es sacken.